Also Leute, heute steht der erste Drehtag von meinen Musikvideos an. Ja, wir machen jetzt ein Get Ready With Me und ich zeig euch die Klamotten nicht anziehen. Heute ist erstmal auf Chillic, schwarze Jockey-Nurte von Adidas, ja. Kameramann ist gar nicht da. Ja, ein Witzker, da ich gleich. Also Bademantel weg, zack. Der ist am schreitesten Objektiv holen. Outfit 1, Werbe, mit diesem Puma-Hoodie. Das ist klein, Digga. Puma, was hast du angestellt? Schau mal an, der ist ja wirklich klein. Das ist schon eine XL. Junge. Okay, den hol dir raus. Junge, Junge, die Bekernis auf den Sack, Alter, ehrlich. Ficken. Dann musst du Drugs nehmen, Junge. Ey, ist 15 Uhr, Alter, ich bin schlank und du fluchst die ganze Zeit rum hier. Junge, Junge, die scheiß Pille geht dir auch nicht klein, Alter. Die geht mir auch auf die Müsse, Alter, echt. Also die Kamera, die will uns ein bisschen ärgern, ne? Warte, wer nubst das auch von euch? Was geil? Junge, Junge, Junge. So, haben wir was zu trinken in der Stadt? Ne, ne? Ah, ist was zu trinken. Das war's. Das war's. Das war's. Ich hab' mit. Damn mean I'm nobody to play with And my real ones got my back So give it when you step and watch how you act Get ready with me Also 10, 20, 90, 40, 50, 60, 70, 80, 90 2, 4, 6 Jetzt haben wir gesagt, das sind 1000 Get ready with me So Leute, erster Drehtag Let's go, wir sind endlich soweit Wir haben jetzt 17 Uhr, ja eigentlich eine Stunde zu spät Dunkle ist es schon draußen, aber egal Wir sind jetzt get ready with me, get ready with us Los Cool, danke Genau, danke für den Anruf Bis dann, Dörri, tschüss So, Kontakte pflegen ist das A und O Die fährten immer so, weil ich hab die auf dem Mac Mir einfach, also geil, ich muss nicht jetzt sofort sein Aber weiterleiten Weil die hat auch ein paar hübsche Mädels, Freundinnen Die dann mit am Start werden Sonntag Willst du das Tuch anziehen? Weil ich hab ja hier auch so Dann hab ich so Wir müssen als ob wir ein bisschen zu spät dran sind Wirklich Was sagt ihr zu Frankys Lauftempo? Frankys Lauftempo ist unmenschlich Also so, weißt du, wenn Leute so quasi Marathon machen, joggen Das ist eigentlich genau das Tempo Also ich würde ihn auch gerne so ein Meme machen, wo er so Laufstöcker hat Und dann so, weißt du, mach ich so einen geilen Commercial Werbesport einfach für Laufstöcker Tourblock die erste, ach nee Zwitte Tour sind wir noch nicht Also wir machen schon Tour auf jeden Fall Aber auch immer mit einem guten Abschlussabend Gestern einfach aus der Mut heraus zwei miese Bretter gebaut Und gleich Songideen, Skizzen drauf Alle haben's gefeiert, dann müsst ihr's auch feiern Demnächst auf allen digital streambaren Plattformen Hier link im Video und so'n Scheiß Das ist Leon Ich bin Erik Wir sind raus Ich komm jetzt mit meinem ganzen Fachwissen Das ist der Tourblock jetzt Stuff Alles Fakes Und dann meine Lieblingspillen Ein paar Tillis So Dealer This is your staff Aber ich soll dir alles so geben dann, ja? Ich schau mir das kurz an und dann gibst du das Okay Ich hab halt irgendwas in der Tasche noch Das sieht ja ziemlich doof aus Du hast halt deine Bauchzeichen da hängen Nee Ich hab keine Bauchzeichen Aber ich steck halt eine Sache Die Handschuhe noch anziehen Ja klar Ich steck halt eine Sache halt so rein, dass man's sich noch rauszieht Ich kann alles rausnehmen Nee, das große nicht, die passt nicht rein, das weiß ich Ja Das ist schon ein gutes Ich glaub ich zieh sogar gar keine Handschuhe an, weil das unbequem ist Ich mach das ohne Du brauchst Handschuhe Achso, du hast Ja, ich hab schon Handschuhe Aber das sieht man mit dem JPG ein bisschen Nee Aber das kann man doch so'n bisschen Warte Und dann gebe ich dir noch Geld, ja? Also natürlich gibt mir eine Geldersache Ja, ja klar Aber würdest du mir das Geld nicht gleich mit einem Scheck in der Hand geben? Wo machen wir das eigentlich? Nein, 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 nein Schön offensichtlich In ein paar Scheine Ich stehe, dicker Franky ist ready? Franky ist ready Ready? Fuck, Alter Was hast du alles? Ja, ich hab Chili Ja, ich hab Chili Ja, ich hab Chili Ja, alles habe ich nicht Geil Ja, das geht bitte Richtig geil Okay, geil Schöne Danke schön Okay, vorbei Bis dann Bis zum nächsten Mal Danke, Lina Tschö Ja, man Wie geht's? Ja, alles gut Richtig geil, sehr geil Bis zum nächsten Mal Oh, ganz kurz Ja, Mann Ja, kurz Richtig fett Ja, richtig fett Alter, wie geil Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschö Das war gut, glaube ich Bis zum nächsten Mal 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 Let's go Guys, erste Drehszene ist jetzt erledigt Ja Und Let's go Ich hoffe, der Drehtag wird spannend, ey Ich bin echt gespannt Wir gehen jetzt nur zum Rewe Haut rein Wir gehen jetzt zum Rewe Und dann zur F-Bahn Achso, die scheiße Tasche Scheiße Kannst du die kleine Tasche helfen? Einer muss immer die Tasche mit tragen Bis zum nächsten Mal Tschö